Na toll, meine Haare stehen wieder zu Berge. Das wird schnell gefixt. So, schon viel besser. Ah, hello everybody. I'm crazy German boy. I'm crazy and German. Kennt ihr das? Ihr habt Geldprobleme und wollt unbedingt an Geld ran? Nun, für meine Situation habe ich eine Lösung. Dieses Schnabeltier. Viele Leute glauben, es wäre ein Vogel, aber nein. Schnabeltiere sind Säugetiere und nicht irgendein Säugetier, nein. Es sind obendrein die einzigen Säugetiere, die Eier legen können. Und nun kommen wir zum treffenden Punkt. Meine Geldprobleme können mit Hilfe dieses Schnabeltieres behoben werden. Und wie, das zeige ich euch. Ich habe letztens im Internet nachgeguckt, wie viel man kriegt für Schnabeltiereier. Und, Junge, ein dreistelliger Betrag. Dafür besorge ich mir gerne ein Schnabeltier. Ich habe es extra nur mit dem besten Futter hier versorgt. Mit dem besten Futter versorgt. Und in wenigen Sekunden müsste es so weinen. In wenigen Sekunden legt es ein Ei. Na komm, Schnabeltier, leg los. Leg das Ei. Leg das Ei. Und da ist es ja, das Ei. Faszinierend. Was für ein großer Fund. Unglaublich, dass ein so großes Ei aus so einem kleinen Arsch rauskommt. Wunder der Natur. Wunder der Natur. Ja, ja. Meine Geldprobleme sind gelöst. Denn ich werde dieses All für über 150 Euro verkaufen. Ja, ja, ja. Dann kann ich mir neue Blue Ways, T-Shirts und Kappen davon kaufen. Alles klar? Okay. Das war es dann wieder mit Crazy German Boy. Und vergiss eins nicht. I'm crazy and German. Ciao.